Bei uns in der Narro-Partikel-Kitchen konzentrieren wir uns auf die Entwicklung neuer Materialien. Unser Fachwissen in der nasschemischen Partikel-Synthese ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Narro- und Mikropartikel herzustellen und zu modifizieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Forschung von partikulären Systemen aus z.B. magnetischen Materialien, z.B. zu Dioxid oder zu Tantiposit. Kommen Sie mit! File Clearly W ontwärts Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018